Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Rose Fröhlich, echter Patientenfall heute, Lkw-Fahrer mit dreckigen Händen, was kann der essen? Also, ich bin die Rose Fröhlich, für alle, die mich noch nicht kennen, hier heute mal ein Spezial-Mikro, und zwar bin ich die Rose Fröhlich, habe ich ja auch schon gesagt, ich wiederhole mich hier heute, aber so ist die Welt manchmal, also Videos aufnehmen, Leute, es ist immer und bleibt spannend. Also, echter Patientenfall, Lkw-Fahrer, der sozusagen lange durch die Lande tourt, unter anderem auf den Baustellen unterwegs ist und an den Stellen häufig, aber auch noch zusätzlich mit Sand, Erde und ähnlichem zu tun hat. Der wollte gerne wissen, was er essen kann, aber so, dass er, zum Beispiel, wenn er dreckige Hände hat, auch gucken kann, was er verzehren kann, ja, weil Händewaschen manchmal nicht überall geht. Ihr kennt das natürlich, Desinfektionsmittel und so haben wir alles besprochen. Er sagte aber, an bestimmten Stellen funktioniert das nicht so gut. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, wollen wir mal gucken, welche Lösung hat es gegeben dafür. Also, die Grundidee war erstmal, zum Beispiel Brot einpacken mit Wurst, Käse, und zwar könnte er das einpacken, natürlich in der Tupperdose, aber das reicht ja nicht für die Hände, sondern man kann das einfach in diese Brottüten nutzen. Und wenn das eingepackt ist, dann kann er die Brottüte ein bisschen über, also sozusagen öffnen an der Seite oder einfach umkrempeln und konnte damit wunderbar das Brot festhalten. Natürlich geht das auch mit anderen Verpackungsmaterialien, aber ja, relativ einfach und dünn und auch zum Mitnehmen auf LKW und in der Vorbereitung hatte er Brottüten zu Hause, daher die Grundidee. Ein Sandwich wäre ja noch eine Variante, eben natürlich auch zum Beispiel geteilt, also wenn ich ein Sandwich habe, dass ich das in ein Dreieck teile und dass man es sozusagen auch nochmal einpackt. Das wäre ja mit Brotpapier zum Beispiel, also Butterbrotpapier geht es ja auch. Dann war die Überlegung, Eiweißquelle, wie kann er sie mitnehmen? Da haben wir überlegt, er wollte gerne Naturjoghurt essen, den mag er sehr gerne, hat auch in der Regel immer frische Früchte da, oder manchmal TK-Früchte, manchmal auch ein bisschen Früchte aus dem Glas, was ja schon eine super Grundlage ist. Die Alternativen zum Kaufen mochte er nicht so gerne, weil ihnen die häufig zu süß waren. Und an der Stelle hatte er die Überlegung, dass er den Naturjoghurt hat er immer im Plastiktöpfen gekauft und das wollte er gerne anders haben, wusste aber nicht wie. Ist natürlich manchmal einfache Lösung, also Glas nehmen, den Naturjoghurt rein und dann hat er das geschichtet. Da er im Lkw einen kleinen, vor allem wenn er sehr lange unterwegs ist, also auch in die anderen Länder fährt und länger sozusagen unterwegs ist, kann er sich die in den Kühlschrank stellen. Er sagte selber, auf die Idee, das selber in ein Glas zu machen, ist er irgendwie nicht gekommen. Das ist ja manchmal auch mit den Brotdosen so, was kann ich überhaupt mitnehmen? An dieser Stelle haben wir dann ein Schraubglas einfach genommen. Er hatte mehrere zu Hause und hat gesagt, die nehme ich mir mit, stelle ich mir rein, die passen auch wunderbar in seinen Kühlschrank. Und er sagte, dann kann er das gleich umfüllen. Natürlich kann man auch Joghurt im Glas auch schon kaufen. Allerdings muss man einmal ein Teil rausnehmen, damit dann die Frucht mit rein kann, wenn es denn Natur ist. Was ist noch möglich? Es war die Idee, sowas wie Käse-Salat, wie ein Kartoffel-Gemüse-Salat, also dass er einen Anteil Gemüse ins Glas schichtet. Einige kennen das ja immer unter der Samir-Prep-Geschichte. Aber eigentlich ist es ja ein ganz normales Glas, wo ich sozusagen Lebensmittel schichte, wie Gurke, Tomate. Er wollte ein bisschen Cocktail-Soße da rein haben. Dann hatte er ein bisschen Blattsalat und wollte am Ende immer zum Beispiel Restkartoffeln, wenn er die per Kartoffel noch übrig hat. Kleinschneiden obendrauf und dann hat er für sich gesagt, wunderbar, das passt perfekt, es mitzunehmen. Dann war noch die Idee Thunfisch zum Beispiel. Da hat er aber überlegt, das könne er, den würde er wahrscheinlich essen, wenn er im Fahrzeug sitzt. Also da würde er jetzt nicht unbedingt draußen. Da kann er ja mit Löffel und mit Gabel, das muss ja kein Glas sein, das kann dann auch Verpackung, also hier Plastikbox oder ähnliches sein. Dann war noch die Überlegung, also Besteck ist ja eh da und Suppen. Bei der Suppe war ein bisschen die Frage, wie macht er die warm, beziehungsweise wie kann er die warm halten? Und da hatten wir die Grundidee, wenn er sozusagen einen To-Go-Becher nimmt, der Metall bewandet ist, die man zumachen kann. Viele kennen die ja als klassische Kaffeebecher. Wenn der einen guten Schließverschluss hat, dass es sozusagen auch heiß bleibt, dann kann man wunderbar Suppe in diese To-Go-Becher auch mitnehmen. Fand er total klasse, weil er sagte, ja, das kann er sich morgens fertig machen. Im Hotelzimmer hat er auch schon einige Sachen ausprobiert und zum Kurzwarmmachen wäre das sozusagen möglich. Das heißt, wir haben hier mehrere Varianten für den LKW-Fahrer, er probiert das jetzt aus und ich freue mich drauf, dass wir so schöne Sachen gefunden haben. Liebe Grüße zu euch, ihr wisst ja, bloß weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Ich freue mich auf euch, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Ideen habt. Gerade was jetzt das zum Beispiel LKW-Fahren angeht, hier ging es ja um das Thema Hände, dass die dreckig waren und dann eben im Essen das, ja, eine Frage ist, wie kann man das lösen. Ja, ich freue mich auf euch, auf eure Ideen und Kommentare. Habt einen schönen Tag, liebe Grüße, eure Sandra.